So, das war der ukrainische Blick. Nun schauen wir nochmal darauf, wie man denn in Russland und im Kreml diesen Raketeneinschlag auf die Stadt Kostjantinivka in der Ukraine beurteilt. Eine Einschätzung dazu von unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Ja, die Ukrainer sprechen ja da sogar von einem terroristischen Anschlag der Russen und natürlich wird das hier vehement dementiert. Und man will also von solchen Vorwürfen überhaupt nichts wissen. In Russland heißt es immer, dass man nur militärische Ziele angreift, also militärische Infrastruktur oder eben Gebäude und Einrichtungen, die zweckentfremdet werden von den ukrainischen Militärs. Da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder mal Angriffe auf Restaurants und auch Hotels. Aber da hieß es dann von russischer Seite, dass eben genau in diesem Restaurant Söldner waren, also praktisch Männer, die für Geld auf ukrainischer Seite kämpfen. Oder dass in einem Hotel vor allem eben auch ukrainische Militärs untergebracht wurden. Das ist immer die russische Erklärung auf die Vorwürfe der Ukrainer. Und jetzt in diesem Fall Konstantinovka, dieser Raketenangriff oder dieser Raketenzwischenfall auf dem Markt, der 17 Menschenleben gefordert hat. Da heißt es eben vor allem auch von russischen Militärbloggern, dass es sich dabei wohl wieder um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt haben könnte, die ihr Ziel verfehlt hat wahrscheinlich und deswegen eben dieser Schaden angerichtet wurde. Also man will damit nichts zu tun haben hier in Moskau. Und dann gibt es noch eine etwas andere Sichtweise, die kommt von Michael Swinczuk. Das ist der Chef und Gründer des einflussreichen Telegram-Portals Rebar. Und das wollen wir uns kurz anhören. Gemäß der Flugbahnanalyse und auch einiger Augenzeugenberichte in Chats ist eine Rakete abgefeuert worden. Es war Flugzeuglärm zu hören und das 30 Kilometer von der Front entfernt. Es hat sich wohl um eine Luftbodenrakete vom Typ Harm gehandelt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Ukraine mit der Harm zivile Objekte trifft. Vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Diese Harm-Rakete, das ist eine Luftbodenrakete, die dazu dient, bodengeschützte Radarsysteme auszuschalten. Und das ist eine Rakete aus amerikanischer Produktion und davon spricht jetzt eben Michael Swinczuk. Die anderen, ich habe es gesagt, russischen Blogger, vor allem auch Yuri Padalaka geht davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete gewesen sein könnte, die hier vielleicht versehentlich auf diesem Markt eingeschlagen ist. Aber im Prinzip sind sich die russischen Blogger immer einig, dass Russland keine Schuld trifft, dass das die Ukrainer selbst waren. Entweder aus Versehen oder auch mit Absicht, weil ja zufällig genau an diesem Tag heißt es hier auch Anthony Blinken, der US-Außenminister in Kiew war. Und da ist es natürlich auch gut möglich, dass man immer noch mal die Situation dramatischer darstellen will, als sie wirklich ist. Auch das ist eine Unterstellung einiger russischer Blogger im Internet über Telegram. Bewiesen ist da natürlich gar nichts. Ich versuche die russische Sicht hier darzustellen. COVID-19